hallöchen leute wir hatten heute hier in der schule wieder mal glück beim letzten mal konnte ich euch ein männchen präsentieren das war braun gefärbt und jetzt haben wir hier eine wunderschöne ein gottesanbeterin weibchen und ihr seht die sieht auch ganz anders aus als das männchen die hat nämlich einen viel dickeren bauch die wird bald ihre eier ablegen und jetzt guckte sogar an die kamera ein wunderschönes tier und ja die kommen jetzt aus süddeutschland langsam ziehen die breiten sich richtung norden aus und hier bei uns scheinen die keine seltenheit mehr zu sein also wir hatten erst gestern wieder eine an der turnhalle und heute haben wir hier eine direkt voller schule gefunden schick noch mal für die missionäre an kriegen spannende tiere und bis zum nächsten mal